Wie heißt das denn? Schwitschen. Ja, Schwitschen. Kleine Ortschaft. Bei Wissehöwede. Hier muss doch was getan werden im Garten. Mensch Leute, was sag ich bloß heute? Hier. Was ist das denn? Zu verkaufen. Hier wollen sie was verkaufen. Ja, hier natürlich auch dieses rassistische Verkehrszeichen. Vor schwarzen Kindern gewarnt wird. Schlimm ist das hier. Mit Schwitschen. Da wird noch Holzexöl verkauft. Haustechnik. Schwitschen. Ja, dieses Verkehrszeichen, das finde ich ja überhaupt nicht in Ordnung. So, wir fahren jetzt mal rechts ab. Ja, hier ab. So, bitte schnell. Macht nichts. Wir wollen ja auch hier noch hin. Schäune für den Überstand. Wir können mal schwitschen. Ja, eine Taube hier, das ist eine Türktaube. Das sind Neuzonen, eingeschleppte Tiere. Und bringen Unglücke und Seuchen. Und deshalb werden sie bekämpft. Doch bitte erst abend oder sonst wie. So, das war jetzt. Wünschen. Alles klar. Und Tschüss.